Bin ich wieder da? Einmal bitte merken, oder Hallöchen sagen, oder wer auch immer. Einfach mir zeigen, dass ich online bin gerade. Das wäre sehr, sehr cool. Filled with Task Manager, ja. Ich weiß nicht, was OBS manchmal für Zicken hat. Aber es sollte funktionieren, oder? Okay, so, jetzt hatte ich vergessen, warum ich auf die Karte geguckt habe, aber der Weg ist richtig. Wieder da, Isa, perfekt, danke. Ich weiß auch nicht, was da meint, oh Gott, was ist das, ein Zyklop, ne? Wieso laufen hier so viele Zyklopen herum? Äh, thank God, schwarzes Zynch passt zu mir. Ich weiß leider auch manchmal nicht genau, warum, wieso, weshalb. Ähm, nee, zu euch wollte ich gar nicht, aber. Sondern eher zu diesem Fragezeichen, ich glaube, wir geben uns mal eben Querfeld ein. Ähm, ein Monster-Nest. So. Dann zerstören wir eben das Monster-Nest noch, ja. Ähm, komm zurück. Spielst du das mit Mods? Nein, ich spiele komplett Vanilla, weil ich kein großer Mensch von, also weil ich immer so sehen möchte, wie der Macher das sich gedacht hat, wie das Spiel funktionieren sollte. Deswegen. Ähm, mir wurden zwar schon sehr, sehr viele Mods angepriesen, die ich schon mal verwenden solle, aber ich muss ganz sagen, für mich persönlich, das ist es nicht. Das ist nichts. Ähm. Es wäre schön, Multi. Wann schafft es Twitch, es eigentlich des Films automatisch wieder neu zu starten? Ähm. Ja, das wäre wirklich zu schön. Das kann ich dir nicht verraten, du. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hin, ne? Also wir gehen jetzt einfach die nächsten Städte ab. Wobei ich eigentlich auch nicht mehr so viel mache. Das heißt, wir gucken, dass wir die zwei Fragezeichen noch auf der nächsten Insel machen. Oh, und dann machen wir eigentlich auch schon Feierabend. Das heißt, das Stream, das ich in den Neustart gemacht habe, ist auch eher so ein bisschen für die Katz. Warum sieht man dein, äh, The Witcher 3 anders aus als bei mir? Ich weiß nicht, wieso, was sieht denn anders aus? Wie, du willst Vincent und Sebi nicht benutzen? Ich möchte jemanden nutzen. Also ich hätte jetzt tatsächlich auch vermutet, dass du gegebenenfalls wirklich einen anderen Teil spielst gerade, weil, wie gesagt, geändert habe ich die eigentlich überhaupt nicht. So, warte mal, ist Fragezeichenbar über den Weg zu erreichen? Ja. Genau, Isa. Wenn man durch das richtige... Nein, auch The Witcher 3. Auf den meisten... Dann weiß ich tatsächlich nicht. Was ist denn bei dir anders? Vielleicht liegt es an den DLCs. Hast du die DLCs auch? Das ist ein guter Einfall. So, ja, wir sind auch noch hier. Heya! Weltrunde! Die Süßen. Eine verlassenen Städte. Weshalb ist diese Städte denn verlassen? Ding, Herbien. Verdammt! So. So. Schön, wenn jemand da im Boden hängt. Das ist super. Das gefällt mir. Hm. Muh, Leute, muh! Ehrlich im Kingspaß. Schön, dass du zum Ende nochmal reinschaust. Ähm. Also, wie gesagt, ich hab halt die DLCs. Ich weiß nicht, ob... Dass das gegebenenfalls der ausschlaggebende Grund dafür war, dass es hier ein bisschen anders aussieht. Ich könnte mir das aber sehr gut vorstellen, wenn man... Aber... Wie gesagt, ich hab nichts geändert an dem Spiel. Kann ich dir das leider auch nicht sagen. Höre ich jetzt Debrimusik? Nein! Warum solltest du das tun, Thomas? Los, lauf! Das seht ihr mit einem anderen Ort. Isas und Skellige und Städte, Staschen und DSC. Bist du noch in Wählen? Das ist richtig. Wo bist du denn aktuell auch? Wenn du noch in Wählen... Weil Wählen ist eine komplett andere Landschaft als... Eben, ähm... Als Skellige, wo ich mich aktuell befinde. Warum sollte ich das nicht tun? Wobei es Debrimusik eben Debrim macht. Und das ist doof. Das nicht. Die DLCs ändern einiges. Okay. Wie war... Scheint da ein bisschen Erfahrung zu haben. Ich hab das persönlich nicht. Ähm... Aber wenn das der Fall ist, ich könnte mir das gut vorstellen. Weil ich meine, DLCs sind ja auch etwas neuer, dass man sagt, okay, wir können jetzt hier noch ein paar... zusätzliche Spielinhalte einbinden. Ich würde es nachvollziehen, dass man sowas ebenfalls tatsächlich tut. Kaufmann. Hallöchen! Der Zug ist abgefahren. Das ist mir egal. Mach das nicht. Ende. Bis dann. Die Leder nicht am schönsten finden sind, aber eher traurige werden. Jetzt Sefri. Nein. Überhaupt nicht. Befehlsblick von Isa. Das ist korrekt. Ich will deine Schwerte auch mal sehen. Oh, warte. Ich hab gestern Sascha auch mein Schwert gezeigt. Einen Augenblick. Es war nämlich dieses schöne Schwert von Fiora. Er war ein bisschen getrollt vielleicht. So, werte Freunde, ich hab gesagt, wir machen jetzt hier Feierabend, ne? Es tut mir auch wirklich leid für King, dass du gerade erst dazu gekommen bist. Das wird es dann also beim nächsten Mal gehen, Witcher. Wir sind im Wasser bis Gellige erstmal fertig. Was da auch kommen möge. Es interessiert mich nicht. Wir haben diese Insel hier fertig. Hier ist erstmal bis Level 30 auch alles durch. Hier sind wir erst auch mal so fertig. Das heißt, wir gehen beim nächsten Mal zu dieser Insel. Holen uns hier die fünf Fragezeichen, die hier noch sind. Das ist ein bisschen größer, aber das sollte auch schnell gemacht sein. Dann haben wir hier noch ein Fragezeichen und hier sind noch zwei Fragezeichen. Das ist in Summen wirklich nicht viel. Das wird eine Stunde vielleicht noch Zeit kosten. Und danach können wir uns eigentlich ganz entspannt wieder an die Hauptquesten, beziehungsweise erstmal die Nebenquesten wagen. Und uns überhaupt mal angucken, was für Quests uns sind Scally hier erwartet, weil wir haben ja noch gar nichts gemacht. Project Fiora. Hast du den Schwertmeister und den Rüstungsmeister gefunden? Nein, irgendwie noch nicht wirklich. Ich hab, glaube ich, die Quest aktuell noch. Es war weh. Aber ich hab das auch alles bis jetzt noch nicht so ganz gerafft tatsächlich. Ähm, da kann ich dir leider auch nicht so genau weiterhelfen. Leider Gottes.